Bruno Alexander kehrt in Die Discounter als Titus zurück. Für die vierte Staffel schlüpft er erneut in die Rolle des sympathischen Supermarktangestellten. Doch Bruno ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur der Serie. So kann er seiner Kreativität freien Lauf lassen. Bei der Premiere in Berlin sprach er mit Promiflash über seine Rolle. Gibt es Ähnlichkeiten zwischen ihm und Titus? Bruno gesteht. Ich glaube, dass mir Situationen sehr schnell unangenehm sind. Das trifft auf Titus auch zu. Sein Seriencharakter ist sensibel für Situationen, in denen es anderen nicht gut geht. Genau damit kann Titus dann aber nicht gut umgehen, fügt er hinzu. Auch in diesem Punkt erkennt Bruno sich selbst wieder. Besonders Spaß macht es ihm, Titus aus seiner Komfortzone zu locken. Weil ich mich dann quasi hinter Titus verstecken kann, erklärt der 25-Jährige. Ich stürze Titus in super unangenehme Situationen und versuche, dass er so viel leidet, wie es geht. Die Discounter startete 2021 und wurde zum Mega-Erfolg. Der außergewöhnliche Cast hat bereits Kultstatus erreicht. Die ungezwungene und realitätsnahe Handlung begeistert die Zuschauer. Am meisten Spaß machen Bruno und seinen Kollegen die freien Szenen. Es sind meistens die Szenen, wo wir im Buch nicht so viel festgelegt haben, erzählt er. Da kann man einfach drauf loslaufen lassen, verrät er im Interview mit Promiflash. Diese Spontanität scheint beim Publikum gut anzukommen.